Jetzt aber! Also, was wir machen heute Abend ist Musik aus Nordafrika, ein bisschen so Call and Response. Das heißt, ich singe, ich wiederholt, was ich singe, auch wenn ihr mich versteht. Und ich verstehe selber auch nicht, was ich sage. Ich habe gerade meinen Text auswendig gelernt. Nicht von der Musik, aber von was ich gerade erzähle. Also, hier steht auf dem... Oh, einmal weg. Ja, genau. Der lange Satz, den ich singe, muss ich einfach wiederholen. Okay, wir versuchen. Also, ich einmal und ich wiederholt, okay? Ja, genau. 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 Vielen Dank. Oder soll ich den Text weitermachen? Der Chef, der Nasenchef. Das müssen wir schon mal bei euch in die, wie heißt das, Kleinhirn oder... Kleinhirn überhaupt. Weil klein ist der Ernstfahrt. Aber ihr wisst Bescheid, wir rechnen auf heute. Wir machen eine ganz tolle Showkleid noch mit Jamel, Larussi und Sadamala. Mit seiner Nase wird er nicht so sehr glauben. Sieht aus wie Pinocchio irgendwie, aber mal gucken. Danke schön, bis gleich. Danke schön. Jamel, Larussi.